Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist wohl jemand so richtig aufgeregt, was? Brauchen Sie aber nicht, ich habe schon eine Menge Leute hier vor der Kamera gehabt und eines kann ich mit Sicherheit sagen Sie, mein Lieber, sind definitiv ein sensationeller Kartenspieler Deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Partie Nein, sagen Sie nichts, es bedarf keiner Worte Wir lassen die Karten sprechen Wir? Ja, denn Ihr Gegner ist niemand geringeres als ich Karl, die quirlige Quasselstrippe Ja Das war's. 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 Das war's.